Der Restaurant 2 Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Glas Weisswein. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Magst du Fisch? Magst du Rindfleisch? Magst du Schweinefleisch? Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Das schmeckt mir nicht. Das Essen ist kalt. Das habe ich nicht bestellt.